Wollen wir mal zocken? Was soll denn der Scheiß? Was ist denn da los mit dir, JD? Ich muss glaube ich Borderlands neu starten. Kann meine Maus nicht mehr bewegen, nachdem man das einmal minimiert hat. Also ich bewege mich nicht mehr. Kann ich ja in der Zeit zocken. Oh, ich hab uns die Radium besorgt, acht Stück. Ja, dann starte mal deine... Deine Bau... Nein, genau. Starte mal deine Maus neu, das ist ne gute Idee. Immer doch. So. Komm nicht auch ein Auto mal. Lö, da stand grad drei Köpfe drauf. Was? Wir haben nicht mehr gestartet mit drei Köpfen. Ja, sie starten doch immer so. Din, 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 din. Ey, ich kann Moxi tippen. Ich werd's mal nicht tun. Ey, bringt dir ja auch nix. Ihr gibt doch eh nur SMGs. Na, genau. Ich kann ja auch wieder tippen. Ja, das nächste SMG, Christo, wird die Winde der 25.000 gibt's. Äh? Ja. Ja, cool. Hast du? Dann warte ich noch eins... Ja, ne. Dann warte ich noch eins weiter, weil ich hab ja grad schon wieder ne epische Waffe gefunden. Boah, weißt du, wer da 25.000 sind? Ich hab nachgezuckt, Schatz. Ich hab nachgezuckt, Schatz. Ich hab nachgezuckt. Ja, dann sind wir jetzt alle da, dann können wir jetzt ja questen eigentlich. Watt? Können wir grad am zocken? Ja, das war doch jetzt, dass wir so unwahrscheinlich... Ja, wir hatten so unfassbar viele Quests. Alter Vater. Ich hab noch 111.000. Irgendwo mal ne Ping sehen in dem Spiel? Das darf doch nicht wahr sein. Das 111.000? Ach, ne. Ach, ich vollhorst. Boah, ich hab schon wieder Achtung! Ich hab schon 16 Iridium, ihr spielt ja und ich krieg keinen Beifall, ihr Arschlöcher. Nein. Das bringt überhaupt nichts, den... Ich hab jetzt Steam natürlich verringert. Dann müsste ich ja auch gleichzeitig wahrscheinlich Borderlands mit verringert haben. Ah, ja, das ist natürlich wahr. Nein, das geht bei einer Glammata nicht. Das geht bei einer Glammata nicht. Nein, 716 Iridium. Das hält uns nen Scheißdreck. Ja, wir müssen jetzt das Voraussagen da euch. Fickst euch. Fickst euch einfach. Das ist aber doof. Kann ich echt zocken. Deck mich einfach in den Arsch. Äh, ist schon da. Ach, guck mal, jetzt kratzt. So. So, dann kann ich den noch erhöhen, ja. Go, go! Dann spiel ich halt erst mal. Oh nein, ich werd die ganze Nacht noch sicher spielen. Hab mir extra zwei Energydrinks geholt und wenn die jetzt fertig ist... Ja, wieso kannst du das denn schon runterladen, Johnny? Vorladen kannst du das für Steam. Ach, vorladen kann man das? Oh, läuft. Guck mal, leid. Spiel. Oh, Hadi, du Stück Scheiße. Da hatte ich einen ganz witzigen, wo ist ja Spaß. Der hat auf die Fresse gehen, ne. Da tut mir leid. Ich hab mich von meinem Push neun Skin hier. Am Peelein. Dann kannst du auch mal kurz deine Skills ändern, oder? Nein, will ich aber nicht. Ich spiel noch ein bisschen damit rum. Mal du, Mongo, jetzt verpiss dich hier von einem Automaten. Fick dich mal. Alter, willst du mal auf die Fresse haben, ne? Ja, komm her, du Mongo! Ja, komm her doch! Ja, komm her! Ja, komm her! Ja, komm her! Ich hab die auch noch nicht beendet, die Reise. Und nachher gibt's erstmal eine 5-Minuten-Sharine, ist das geil? Was ist das für was für den hohlen Zahn, ey? Ja, ist das auch. Ja, dann haben wir die Literressen, brauchen wir aber nicht mal, alter Vater, da war ja, alter, mein Gott. Wir haben noch die Flüssigkeit mit hoch. Quatsch. So, wir haben hier einige Quests drin. Die finden wir Shorty, wo ist hier Shorty? Ja, erstmal den Quatsch. Shorty, ich muss ja nur an den runter gucken, dann findest du den. Mann, 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 Mann! Guck mal, hier waren wir schon mal. Alter, Mann, die Damage. Ja, der Mann macht auch richtig Damage, hab ich vielleicht. Wieso hab ich denn jetzt so viel Damage gekriegt? Alter, der Mann macht richtig geil. Echt, weil ich mach kaum Schaden an denen. Ich hab gerade kaum Schaden an Hadi gemacht. So, ich werd die erstmal slaggen mit meinen Grenades. Die müssen denn hier überhaupt hin? Was sind denn für Mongos? Wir haben hier ganz viele Quests. Alter, wie viel Schaden die machen! Haben wir irgendwie wie ein Plus angefangen oder so? Nach dem Moment komplettes Schild gefrackt und dann war die Elfte meiner Lebensanzeige weggesnackt. Alter! Ach, ich mach gar keinen Schaden an denen! Ich auch nicht. Doch, ich... Na, Schaden an die zu mir nicht. Ich hab ja auch eine neue Waffe ab, ne? Hallo. Ah, da hinten ist wieder so ein Waffenkisten-Bench. Aua, 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 aua. Slaggy. Wo, wo, wer? Da. Alter, ich mach 700 Schaden. Erstmal aus Köpft hier. Alter, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Die Viecher hier machen irgendwie ziemlich viel Schaden, muss ich sagen. Peter, hast du zufällig mal auf Quest-Dinges geguckt, wie schwer die ist? Ich hab extra leichter Quest genommen. Ich hab extra leichter Quest genommen. Das ist ein Level 15er Quest. Und unsere Gegner sind in Level 18. Und die Schwierigkeiten! Die Schwierigkeit ist banal. Ich hab drei Köpfe! Ja, und jetzt? Kann ich mich noch mal? Nächste Woche? Bei mir ist was? Oh, da ist mal diese Wälde-Viecher hier weg! Das ist nicht das Klotmische, ich hab drei Köpfe. Leute, bei mir sind schon keine drei Köpfe. Bei mir auch. Das ist Geld. Ich nimm das Geld mal raus. Warte, ich steh mal kurz mit der Scheiß auf. Hä? Was ist das Slotmaschine? Was ist das für eine Scheiße? Wieder drei Köpfe. Da hast du wieder Geld raus. Ey, wie bringt er den von uns zum Spiel, oder? Schon wieder drei Köpfe. No, da ist ein grünes SMG rausgewandert. Wieso sehe ich das? Bei mir ist da immer was anderes als drei Köpfe. Und wir kommen ja drei Köpfe raus. Sie auch einmal. Weder jetzt bestimmt. Kopf, 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 Kopf. Nein, über mir wird's. Gott sei Dank. 5.000 Euro. Ich glaub, das ist Buggy braun. Kann das sein? Hey, wieder drei Köpfe, mein Gott. Die müssen ja dann lang. Die reicht. Die müssen rechts rum. Die reicht. Was ist da für eine Scheiße? Das war jetzt ja irgendwie ein Volkstrap dann hier. Ja, das ist nur automatisch der Geldabzieht, genauso wie der Schlüsseldienst. Alter, verpiss dich doch mal, du keine Fuhre hier. Ich guck's an und schon bis so um 130 Euro. Ich mach mir trotzdem mal eben mein komplettes Schild weg. Das war ja auch viel Schaden. Die sind geschluckt, dick unterequipped. Ich bin hier, du bist dein Vater! Nein, das ist ja gar nicht so krass oder schrecklich sein. Ey. So oft wie wir immer die besten Waffen zocken, kann halt gar nicht sein, das stimmt. Ja, aber Schilde könnten scheiße sein von uns. Das stimmt. Die Schilde sind wir da nicht. Da, links müssen wir lang. Waren wir denn hier unten? Ne, das steht doch gar nicht im Bock. Ja klar, wir müssen doch zu shorty. Ja. Dinko... Was ist das denn da? da hat jemand von euch eine Schockwaffe ich nicht haben wir eine bekommen? ne, dann ist halt doch tatsächlich, ich hab tatsächlich eine die SMP ja das ist gut, dann müssen wir den damit befreien ich hab ne Granate die zählt auch, oder? ich weiß es nicht Elektroganaten müssen doch auch zählen wieso sehe ich die? Aua hä, Leute hautbeschöss Alter, hinten müssen wir den befreien ja, das dürfte nicht das Problem sein, am Ende da ein paar mal mit dem S&G drauf zu kommen Alter, das sind scheißhaufen hier, oder was? das sind dicke scheißhaufen hier was ist das aus, und was machen wir? wir spielen in der Kacke rum ja, auf jeden Fall au, 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 au er hat mich gesnackt, der Wichser die hat Geld von 3000 gebracht bleib stehen, ey, wenn die so rumspringen kann ich die überhaupt nicht treffen ne, deswegen heißt die auch Springstalker Springspinnen heißen nicht ja, fast ja, da kommt so ein Bär, der ist wie ich an denn es schockt das war da falsch wieso kann ich denn das Kacke nicht slacken? die sind doch slack, die leuchten doch lila ja, ich hab die, ich hab die ich hab die, ich hab ja so ne Slack-Granaten-Power oh, er hat Grünes fallen lassen, was hat er denn hier? ja, Granate ja, die Springdinger gehen da auf den Sack alter, verpiss dich doch mal, du kleine Guri ja alter ja, ich nicht ja, ich auch na, wir haben das Verlauf von meiner Liebliche ich behalte lieber Slack-Granaten, die sind nicht besser als gesagt äh, meine kostet 167 meine kostet 149 natürlich wird, dass ich nen blauen Gegenstand hab 241 ja, so, okay oh, machst du nix bisschen weißes SMG ey ich will nochmal ne Kacke rumwöhnen aber geil, ey ey was wurde da denn eingesammelt? ja, sofort alle wie die Geier, ey grünes, grüner Gegenstand oh, sogar tatsächlich ne SMG wusste ich natürlich was ich hier mal gucken möchte ja, ne, ne ja, möchte ich gerne sehen ist das ne SMG, hä? na, das sah aber aus wie ne MG, Dennis ja, auch wie jeden ey, was hat denn hier wieder für n Hoden ach so, für den ach so, für den ach so, für den ach so, für den ja, wer findet das behalten, oder was? ja, ne, 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 ne Moment ich glaub ich zumindest die Herausforderung den Glück kriegt, den zu schaffen ja, verreckt ihr kleinen Mann ey, da vorne ist der Wichser wieder, oder? ja, irgendwie schon, oder? ja, in dieser fliegenden Kugel oder? oh, uuuh, alter da muss das, den müssen wir aber mit nem mit der Elektro-Waffe killen, oder? ja, ich bin down dieses blaue fliegende Zeilen, da läuft dieses Cinco oh, 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 wie soll man das denn treffen? ich bin down so, ja, Moment, ich komm oh, ne, Bram hat schon Bram hat schon Bram hat schon ich glaub das hier müssen wir, das ist doch oh, Alter schau mal bitte dein Geschütz auf ja, aber nachher wird das ok, von mir aus alter mach ich dem wenig Schaden Moment, wir machen jetzt mal den hier ich bin tot ok, Jay muss den töten hier steht der Elektro-Waffe der muss wieder Elektro- arme Geschütz weg, Leute sehr gut, sehr gut aber, ja gut, der hat auch geschossen, ja nein, das ist Shorty das ist Shorty die müssen jetzt mit der Elektro-Waffe killen ne, wir müssen den mit der Elektro-Waffe befreien oh, na, ok, das hat natürlich fällt ja, dann einfach drauf ja, haben wir ja auch geschafft also Jay hat ja auch drauf geschossen auch ja, ist das so? ja, ja ja, hab doch geschossen, oder? du hast ihn erledigt, haha, das ist schon komisch ich hätte dich erledigen lassen wenn du mich nicht entschädigt hättest für das Catch-a-Ride, das du gehypt hast Ironie des Schicksals falls es das ist, was ich meine so, aber wir haben hier noch mehr ja, dann wo waren wir denn hier, du Fritsch, ne? dann haben wir das hier beispielsweise auch noch ja, dann kann man auch noch aber das ist auch noch so eine schwule Sammel-Quest das ist doch egal ja, ich meine, die finden wir doch alle durch Zufall, oder? ja ja die Wunder, die sind bei der Reinkommst links oben die haben wir das schon mal gefunden, oder? ja, aber das waren ja weil ja, keine Ahnung, ne? ja ich weiß ja nicht, ob die auf der Karte halt angezeigt werden da ist ne Waffenkiste da hinten wir haben hier aber noch was drittes da steht aber bei der Quest nicht entdeckt was sollen das heißen? ja, das heißt, wir haben die Quest noch nicht entdeckt oder das heißt, der Ort ist noch nicht entdeckt ne, das ist ne unentdeckte Mission, da hast du ja schon recht wieso hab ich die denn schon im Lock, wenn ich die noch nicht entdeckt hab? ja, genau oh, Sniper! ja, genau noch ne Sniper alter alter das ist doch recht frech ne Pistole Pistole haben wollen? ne, ne kannst du nehmen, wenn du möchtest was sollst du da runterspringen? oh, die wirft irgendwas hoch alter alter oh, ich muss hier runter, bevor ich gleich sterbe nicht mehr, ihr mich da nicht retten könnt alter, ich werd hier voll ver... fahr... hab ne Blume hab ne Blume ah, alter liegt da tot, ich liegt da tot alter alter eben jetzt muss ich jetzt wieder Zeit für das Geschütz das ist so nervig alter, was ist denn hier? ach, das ist so ein Kaktus nein, ich bin da ich bin bei der, ich bin nicht, ich steh ich auf Dennis drauf alter 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 wie kann das denn? wie kann das denn? diese Scheiß Gäxel das sind Racks Gäxel die anderen tüchern, wunder egal hey, die Räume fallen lassen die sehen aus wie Dennis Mutter ja, das stimmt wie kann das denn hier hier ist der Blümchen hier ist noch eine stadt ah, schon drei, ist ja krass das ist nicht mal wie die aussehen die Vorleufte haben die waren doch am Anfang ja, die wurden trotzdem nun ein Teil der Verpflichtung von uns geht das war es leider werden aber gut wie ich in Kürze von der Führung Krono immer dran vorbei das war eine Blume und das ist ja so die Blumen für das wenn wir ziehen so viele Sachen stehen nicht rum